Seid ihr eigentlich froh als Fußballer, weil alle Fans oder viele werden ja den Knopf im Ohr haben, das Handy vor der Brust, dass ihr wahrscheinlich keine Zwischenstände mitkriegt? Ja, wir wissen ja, wenn wir gewinnen, brauchen wir uns nicht nach den anderen richten. Also ich denke, auf der Bank wird sicherlich unser Teammanager das Handy mit dabei haben, aber ich kann glaube einfach, wenn wir uns auf uns konzentrieren, fahren wir am besten. Angesichts der Bedeutung des Spiels ist Heißmachen wahrscheinlich gar nicht mehr groß nötig. Vielleicht sollte man auf der anderen Seite den kühlen Kopf bewahren. Wie macht man denn das? Ja klar, ein kühler Kopf ist wichtig in dem Spiel. Darmstadt wird auch heiß sein ohne Ende, für die kann das ja fast Historisches, glaube ich, sein, wenn die da aufsteigen sollten. Ich weiß dass die aufsteigen, wir bleiben drin. Aber ja, kühler Kopf, klar. Und wenn ich einen sehe, den ich bei dem Spiel heiß machen muss, den reiß ich den Kopf ab.